ich grüße euch leute und willkommen zu einem neuen video ich habe in den letzten tagen ziemlich viele nachrichten von euch auf instagram bekommen zum beispiel hier von julian philipp hrv crazy momo und so weiter zu diesem post hier und zwar wenn man in den rift reinguckt also in diese einzelnen bruchstücke von diesem rift soll man angeblich aktuell eine burg im hintergrund erkennen und eine schneelandschaft nicht nur in diesem post wird es gezeigt also hier vorne sehen auch 19.000 likes hat das ganze auch hier vorne also es geht momentan eine runde sogar bei reddit gibt es viele einträge bei youtube gibt es einige videos mittlerweile und ich habe mir gedacht warum mache ich so ein kleines format wo ich auf solche dinge mal eingehe und so eine art mythbuster mache und zeige ob diese sachen real oder ob diese sachen fake sind und damit möchte ich eigentlich beginne mit diesem thema in diesen rifts existiert wirklich eine burg und eine schneelandschaft gucken wir uns das ganze mal im game an ich befinde mich jetzt hier in wailing woods beim bunker da wo wir diesen perma rift haben also einen rift der man immer wieder benutzen kann und den gucken wir uns mal ein bisschen genauer an denn der wird immer als beispiel genommen weil es hier so relativ dunkel ist und man ganz gut diese diese andere dimension sehen kann und diese andere landschaft gucken wir mal hier so ein bisschen rein auf dieses große bruchstück ist ja so ein bisschen aus wie glas da war mal wie so eine glasscheibe so eine zerbrochene mal hier rein gucken erkennen wir tatsächlich genauso wie auf diesen instagram bildern oder bei reddit und so weiter diesen hintergrund und es wird behauptet dass es eine schneelandschaft ist weil das ganze natürlich so ein bisschen schwarz weiß gehalten ist oder zumindest irgendwie sehr viel weiß im hintergrund ist und da oben erkennen wir einen berg mit naja so ziemlich spitzen er sieht aus wie türme meiner meinung nach sind es eher bäume aber es ist trotz allem für uns eine unbekannte landschaft könnte man meinen also dass wenn ich hier so ein bisschen näher ran gucke also wir können fast so und zum kreis drehen eigentlich also ja wir können das schon relativ gut rein gucken und besonders dieser obere teil hier vorne an den ich hier auch noch mal so ranzoomen kann dieser wird hier vorne beschrieben als burg oder als spitzen von einem burg die auf einem berg sind und dadurch dass diese landschaft hier hinten so weiß ist also relativ hell gehalten ist wird jetzt gesagt dass das ganze eine schneelandschaft ist und bei diesem mythbuster heute in dieser episode möchte ich euch zeigen dass diese spiegelung keine burg ist und dass wir auch keine schneelandschaft sehen ihr müsst euch so vorstellen in computerspielen werden ja spiegelungen berechnet und um diese berechnung so minimal wie möglich zu halten werden environmental maps verwendet das ist eine art textur die eine 360 grad ansicht von irgendeiner umgebung darstellt es ist einfach nur ein statisches bild und wenn ihr zum spiegelung auf hauswänden seht oder auf autos oder irgendwo dann sind das meistens nur statische spiegelung das heißt wenn ihr irgendetwas vor diesem auto oder vor dem haus verändert dann wird es nicht auf der spiegelung also wird es in der spiegelung nicht angezeigt weil es nicht live berechnet wird denn das frisst einfach sehr viel leistung und das ist in fortnite nicht anders in fortnite sind alle spiegelungen eine texturen environmental map und diese environmental map ist tatsächlich überall eigentlich gleich und ich kann euch das gerne mal zeigen indem wir mal hier einfach mal zu einem auto gehen hier mache ich das ganze mal ein bisschen langsamer und wenn ich dann hier mal zum seiten spiegel gehe und wir uns das ganze mal angucken dann erkennen wir auch hier exakt die umgebung die wir in einem rift gesehen haben wir sehen diesen berg vor uns mit diesen bäumen oben drauf diese aussehen wie ja wieso turmspitzen könnte man meinen wir kennen hier sehr gut ein ein baum vor uns einfach eine landschaft wo wir natürlich jetzt das ganze nicht zu 100 prozent irgendwie zuweisen können wo das herkommt denn ich glaube diese stelle wenn ich diesen winkel habe das müsste dieser berg sein mit diesen ganzen spitzen drauf wie gesagt es ist eine 360 grad textur also nicht nur 360 grad textur sondern es ist wie eine kugel die geht auch bis nach oben das heißt wir können auch vom winkel her nach oben in die luft gucken und würden da oben einen himmel sehen jeder haben wir die sonne die sich spiegelt wir können auch auf den boden gucken und da erkennen wir auch ja wie so eine art fußweg hier links ich weiß nicht was es sein könnte irgendwelche kästen könnten 80k sein aber ich glaube es kein 80k könnte so eine toilette sein so ein dixi klo könnte das sein also ihr seht also diese textur ist jetzt zum beispiel schon mal gleich und eins zu eins wie beim rift ich habe hier noch mal eine andere stelle rausgesucht bei diesem battlebuster hier abgestürzt ist wenn wir in die glasscheiben von dem mal hier rein gucken dann können wir auch das hier erkennen wir sehen hier diesen berg vor uns mit den bäumen oben drauf das ganze ist natürlich jetzt hier so von der spiegelung her ein bisschen deutlicher zu erkennen hier hat das ganze einen bläulichen ton weil die glasscheibe einfach blau ist und deswegen wirkt diese andere scheibe bzw die andere spiegelung so hell und so weiß und man könnte meinen okay das ist vielleicht eine schneelandschaft weil ja dieser rift also dieses bruchstück vom glas her einfach weiß ist ja deswegen wirkt es weiß und hier ist es halt einfach sehr bläulich gehalten weil die scheiben von diesem bus einfach blau sind also das glas ist von dem bus blau wenn wir hier mal so ein bisschen durch die gegend gucken sehen wir auch es ist einfach nur eine textur eine spiegelung die uns quasi vorgegaukelt wird und wir können das ganze uns hier angucken betrachten hoch und runter blicken und wie gesagt es ist eine 360 grad ansicht das heißt die winkel können hier teilweise unterschiedlich sein wenn ich zum beispiel in diese glasscheiben reingucken möchte dann sehe ich einfach nur einen blauen himmel also weil es wir müssen sich vorstellen es ist halt eine kugel die von innen quasi mit dieser textur gefüllt ist deswegen haben wir hier ist gerade diesen blauen himmel aber ja also vorne an der glasscheibe ist es eigentlich sehr gut zu erkennen und als finales beispiel zeige ich euch einfach nur irgendetwas was jetzt nicht so eindeutig eine spiegelung irgendwie zeigt aber selbst wenn wir zum beispiel zu dem automaten gehen und sehr nah ran so erkennen wir dass wir hier auch leichte spiegelungen haben oder ganz genau hingucken erkennen wir dass auch diese spiegelungen jetzt hier an dieser fläche hier vorne im prinzip diese eine einzige landschaft ist die immer wieder verwendet wird ich glaube gerade bei diesen etwas glatt polierten stellen sehen wir da die ganzen bäume die berge hier kennen wir das glaube ich ganz gut diese ganze gegend die gespiegelt wird mit der angeblichen burg hier sieht das ganze etwas dunkler aus es ist halt relativ schwarz mit einem ganz leichten dunklen grünton es sind nicht alle spiegelungen auf dieser textur basierend es gibt auch einige spiegelungen gerade jetzt zum beispiel wenn es aufs wasser bezogen ist oder wenn man bestimmten winkel zum beispiel sich anguckt bei einzelnen fahrzeugen oder autos die sind tatsächlich auf die umgebung gerichtet also die werden richtig berechnet ich glaube sogar dass wir das irgendwo beim bus sehen können ich glaube beim bus nicht sondern bei vereinzelten fahrzeugen jetzt in der gegend einfach nur rum stehen dort wird es schon korrekt berechnet aber in den meisten fällen ist es dann einfach diese eine textur die verwendet wird ich glaube wenn ich hier mal zu einem fahrzeug gehe und in bestimmten winkel mir das angucke dann sehen wir dass einige sachen halt korrekt berechnet werden wie hier zum beispiel das ist meistens wenn wenn man seitlich ein bisschen drauf guckt dann erkennen wir zum beispiel an dem auto gerade diese pinken lichter die hier gespiegelt werden ja aber wenn es dann um die umgebung geht also wenn die gesamte umgebung gespiegelt werden soll dann wird einfach diese eine textur datei verwendet deswegen können wir jetzt auch sagen dass dieser post fake ist also diese spiegelung hat überhaupt nichts zu bedeuten die ist schon von anfang an in fortnite drin das ist immer dieselbe spiegelung die verwendet wird für die diese environmental maps und ja ich möchte nicht damit sagen dass es niemals eine schneemap geben wird oder niemals eine burg ins spiel kommen wird das kann natürlich immer passieren aber das ist zumindest kein hinweis drauf ansonsten können wir gerne bei instagram ein follow da lassen und wenn ihr irgendwelche sachen seht die euch komisch vorkommen oder ihr nicht genau wisst okay ist es jetzt will oder ist es fake dann schickt mir die sachen ruhig zu entweder bei instagram oder bei twitter ich gucke mir das ganze dann an und wenn sich irgendwas dafür eignet würde ich eventuell so eine episode wieder drehen sowie diese hier und für alle anderen es würde mich sehr freuen wenn ich beim support the creator programm unterstützen würdet wenn ihr meinen namen mit oleg hier vorne eintragen jedes mal wenn ihr was im shop kauft und dafür wie bugs ausgebt supportet die mich mit fünf prozent der wie bugs die ausgibt hat keinen nachteil für euch keine mehrkosten vielen lieben dank an jeden einzelnen damit sind wir auch am ende des heutigen videos ich hoffe es hat euch gefallen das gerne daumen nach oben da und natürlich ein abo und wir sehen uns beim nächsten mal und wie immer hört auf zu campen und passt auf euch auf euer oleg haut rein